Leuchtturmnächte von Debbie McComber Es liest Claudia Gräf Erstes Kapitel Cecilia Randall hatte von Leuten gehört, die sich dafür entscheiden würden, ihr Leben noch einmal zu leben, wenn sie einen Wunsch frei hätten. Sie selbst zählte nicht dazu. Ihr hätte es schon vollkommen gereicht, zwölf Monate ihrer 22 Lebensjahre spurlos zu streichen. Die letzten zwölf Monate Im Januar letzten Jahres, kurz nach dem Jahreswechsel, hatte sie Ian Jacob Randall kennengelernt, einen U-Boot-Fahrer der US-Marine. Sie hatte sich in ihn verliebt, ihr erster Fehler, und etwas schrecklich Verantwortungsloses getan. Sie war schwanger geworden, ihr zweiter Fehler. Dann hatte sie ihn obendrein geheiratet, ihr dritter Fehler, der alles nur noch schlimmer machte. Drei Fehler, die verheerende Konsequenzen mit sich brachten. Dabei war sie nicht etwa dumm, nein, sie war einfach nur naiv, verliebt und hoffnungslos romantisch gewesen. Davon hatten die US-Marine und das Leben sie jedoch schnell kuriert. Ihr Baby, ein Mädchen, kam zu früh zur Welt, während Ian auf See war, und es stellte sich sehr schnell heraus, dass die Kleine einen Herzfehler hatte. Als Ian endlich von seinem Einsatz nach Hause kam, war Alison Marie bereits zu Grabe getragen worden. Und Cecilia hatte allein im unablässigen Regen des pazifischen Nordwestens gestanden, als der winzige Kindersarg in die kalte, durchnässte Erde hinabgelassen wurde. Hatte allein existenzielle Entscheidungen treffen müssen, ohne sich mit der Familie beraten zu können, ohne tröstenden Beistand durch ihren Mann zu erfahren. Ihre Mutter lebte an der Ostküste und hatte wegen eines schweren Sturms nicht nach Washington kommen können. Ihr Vater war so hilfreich gewesen wie eh und je, mit anderen Worten, herzlich wenig. Seine Vorstellung davon, was es bedeutete, für sie da zu sein, bestand darin, ihr eine Beileidskarte mit ein paar Zeilen des Bedauerns über ihren Verlust zu schicken. Cecilia hatte unzählige Tage neben dem leeren Bettchen ihrer Tochter gesessen, abwechselnd geweint und in einer Schockstache verharrt. Die Frauen der anderen Marinesoldaten hatten versucht, ihr Trost zu spenden, aber für Cecilia waren sie Fremde und sie fühlte sich unter ihnen nicht wohl. Also hatte sie ihre Hilfe und ihre Freundschaft ausgeschlagen und weil sie noch nicht lange in Sadder Cove lebte, hatte sie in der Stadt keine Freundinnen, die ihr beistehen konnten. Sie musste allein mit ihrer Trauer fertig werden. Als Ian endlich nach Hause kam, gab er der US-Marine die Schuld daran, dass er nicht früher hatte heimkehren können. Er versuchte, alles zu erklären, aber inzwischen war Cecilia es gründlich leid. Für sie war nur noch eine Tatsache von Bedeutung. Ihre Tochter war tot. Ihr Mann wusste nicht und konnte unmöglich verstehen, was sie in seiner Abwesenheit durchgemacht hatte. Da er auf einem Atom-U-Boot stationiert war, war ihre Kommunikation auf Familientelegramme mit maximal 50 Wörtern beschränkt. Außerdem hätte er ohnehin nichts tun können. Das U-Boot befand sich seinerzeit unter der Polareiskappe. Sie hatte ihm von Allisons Geburt geschrieben, dann von ihrem Tod. Sie hatte sich ihre Trauer in diesen kurzen Nachrichten vom Herzen geschrieben, ungeachtet dessen, dass Mitarbeiter der Marine jede einzelne Zeile unter die Lupe nahmen. Trotzdem hatte Ians Vorgesetzte es für richtig befunden, Ian erst nach Abschluss des zehnwöchigen Einsatzes in Kenntnis zu setzen. Ich wusste nichts davon, beteuerte Ian wiederholt. Sie könne ihn doch nicht dafür verantwortlich machen, aber sie tat es. Mochte es auch noch so unfair sein, Cecilia konnte ihm nicht vergeben. Inzwischen wollte sie nur noch raus. Raus aus ihrer Ehe, raus aus dem emotionalen Sumpf aus Schuldgefühlen und Reue. Einfach nur raus und der einfachste Ausweg, den sie sah, bestand in der Scheidung. Jetzt saß sie im Flur vor dem Gerichtssaal. Entschlossener denn je, einen Schlussstrich unter ihre Ehe zu ziehen. Ein rascher Schlag mit dem Richterhammer und der Albtraum des letzten Jahres wäre endlich vorbei. Irgendwann würde sie vergessen haben, dass sie Ian Randall jemals begegnet war. Alan Harris, Cecilias Anwalt, betrat das Foyer des Gerichts von Kitsap County. Sie sah, wie er sich nach ihr umschaute. Als er sie entdeckte, hob er grüßend die Hand, kam auf die harte Holzbank zu, auf der sie saß und ließ sich auf dem leeren Platz neben ihr nieder. Sagen Sie mir nochmal, was jetzt geschehen wird, bat sie, weil sie nichts so dringend brauchte wie die Gewissheit, dass ihr Leben in Kürze wenigstens annähernd wieder so werden konnte, wie es vor einem Jahr gewesen war. Alan stellte die Aktentasche auf seinen Schoß. Wir warten, bis die Prozessliste verlesen wird. Die Richterin wird fragen, ob wir bereit sind. Ich werde das bestätigen und dann bekommen wir eine Nummer. Cecilia nickte benommen. Man wird uns eine Nummer zwischen 1 und 50 zuweisen, fuhr ihr Anwalt fort, und dann warten wir, bis wir an der Reihe sind. Noch einmal nickte Cecilia. Sie konnte nur hoffen, nicht den ganzen Tag im Gerichtsgebäude ausharren zu müssen. Es war schon schlimm genug, überhaupt hier sein zu müssen. Noch schlimmer war, dass auch Ians Anwesenheit notwendig war. Sie hatte ihn noch nicht gesehen. Vielleicht traf er sich irgendwo mit seinem Anwalt, besprach die Vorgehensweise, auch wenn sie nicht erwartete, dass er Schwierigkeiten machen würde. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Ihre Handflächen waren feucht, auf ihrer Stirn stand kalter Schweiß. Sie wünschte sich, das Ganze bereits hinter sich zu haben, damit sie wieder normal leben konnte. Das, so glaubte sie, würde erst möglich sein, wenn die Scheidung rechtskräftig war, und dann würde auch der Schmerz allmählich nachlassen. Ich glaube nicht, dass eine Scheidung irgendwas im Wege steht, zumal sie sich darauf geeinigt haben, sich die Schulden zu teilen. Er runzelte leicht die Stirn. Trotz des Ehevertrages, den sie unterzeichnet haben. Cecilias Magen verkrampfte sich, und sie drückte ihre Handtasche fest an ihren Bauch. Schon bald, so rief sie sich in Erinnerung, schon bald würde sie durch die Tür des Gerichtsgebäudes in ein neues Leben hinausgehen können. Es ist ein ziemlich ungewöhnlicher Vertrag, murmelte Ellen. Rückblickend betrachtet, gehörte dieser Ehevertrag zu den vielen Fehlern, die sie im letzten Jahr begangen hatte, aber ihr Anwalt hatte ihr versichert, diese Sache ließe sich leicht bereinigen. Als sie ihre Unterschrift unter den Vertrag setzte, schien ihr eine absolut sinnvolle Vereinbarung zu sein. Um sich gegenseitig zu beweisen, wie ernst sie es mit ihrer Ehe meinten, waren sie auf die Idee gekommen, der Partner, der sich scheiden lassen wolle, müsse nicht nur die Gerichts- und Anwaltskosten übernehmen, sondern auch alle Schulden aus ihrer Ehe. Das konnte man als Straf- oder als Abschreckungsmaßnahme betrachten, aber es hatte nicht funktioniert. In der jetzigen Situation war der Vertrag ein lästiges Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden musste. Cecilia gab sich selbst dafür die Schuld, schließlich hatte sie auf einer schriftlichen Vereinbarung bestanden. Sie wollte absolut sicher gehen, dass Ian sie nicht nur heiratete, weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Zwar war sie ungeplant schwanger geworden, aber sie wäre auf jeden Fall dazu bereit gewesen, ihr Kind allein großzuziehen. Lieber das, als in einer unglücklichen Ehe gefangen zu sein oder Ian in eine Beziehung zu zwingen, die er gar nicht wollte. Ian jedoch ließ nicht mit sich reden und schwor sie zu lieben, ihr ungeborenes Kind zu lieben und sie heiraten zu wollen. Als Cecilia zehn war, brach für sie die Welt zusammen, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Das wollte sie ihrem eigenen Kind ersparen. Für sie war eine Ehe unverbrüchlich. Für immer. Und deshalb war es ihr wichtig, dass sie sich beide ihrer Sache sicher waren, bevor sie eine lebenslange Bindung eingingen. Wie naiv sie doch gewesen war. Wie sentimental. Wie romantisch. Ian hatte ebenfalls gewollt, dass ihre Ehe ihr Leben lang hielt, aber wie so vieles andere im letzten Jahr war auch dieser Wunsch eine Illusion gewesen. Cecilia wollte und musste ihm glauben, wollte und musste an die Macht ihrer Liebe glauben und daran, dass diese sie vor solchem Herzeleid bewahren konnte. Schließlich hatte sie sich einverstanden erklärt, Ian zu heiraten. Geblendet von der Aussicht auf einen Mann, der sich eher rückhaltlos verpflichtet fühlte und von der Hoffnung auf immerwährendes Eheglück. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, beharrte sie auf dem Ehevertrag. Ihre Ehe sollte halten, solange sie beide lebten. Und deshalb überlegten sie sich eine Vereinbarung, die ihnen helfen sollte, ihren Ehegelübden treu zu bleiben. So hatten sie sich das jedenfalls gedacht. Vor der Hochzeit setzten sie den Vertrag eigenhändig auf und ließen ihn notariell beurkunden. Sie können sie sich das jedenfalls ebenso erzielt. So haben sie eine Mahl-Werzeleid die und die Böden das ihr immer macht. So haben sie sich das jedenfalls verpflichtet. So haben sie das jedenfalls verpflichtet. So haben sie natürlich auch nicht mit dem Ehegelübden.